und damit begrüße ich euch hier recht herzlich hier auf öPNV simulation ich bin's der bio begrüße euch schön dass ihr da seid es ist das neue addon für den transom world erschienen amtrak kepka das ganze kostet 13,99 hier auf steam und das könnt ihr euch kaufen ihr braucht allerdings dazu sowie vermutet natürlich den nord east corridor als strecken addon ja ohne das funktioniert dieses dac hier nicht dieses loko addon also ihr müsst euch das wie gesagt vorher zuerst also kauft beides wenn ihr nicht beides habt dann seid ihr da einfach mal locker ich glaube so bei 45 euro oder was das ist schon gut teuer das ist so gut viel geld so wir das wird schon mal rein hier müssen nämlich hier uns ein bisschen aufrüsten tatsächlich das ist ein bisschen was zu tun ich weiß gar nicht noch mal führen war das so vorwärts denn dem wir mal das licht hier haben wir hier ganz kurz mal unsere innenbeleuchtung an haben wir hier unser das das rein die fahrgäste steigen noch ein die türen haben wir rechts verriegeln und dann müsste ich glaube es müsste jetzt einfach alles passen das heißt wir können jetzt erstmal die bremse lösen so und sind wir eigentlich startklar und könnten eigentlich losfahren ja leute das ändern ist wie gesagt jetzt doch noch rausgekommen ich hatte jetzt ja vermutet gehabt dass es so die woche irgendwie erscheint und ja wie wir sehen es ist da ich bin mal gespannt insgesamt gibt es keine richtige aufgabe was so den den cab car hier so ein bisschen in die karriere mit holt aber im fahrplan modus habt ihr natürlich die möglichkeit euch eure züge und so allgemeiner so zusammenzustellen wie ihr das möchte dann könnt ihr natürlich auch ganz normalen fahrplan hier abfahren wir das machen weil jetzt gerade deswegen gibt es jetzt hier keine direkte aufgabe oder sonstiges dies ist jetzt hier wirklich nur rein ein kleiner fahrplan den wir jetzt hier abfahren aber natürlich mit dem cab car so ist jetzt die frage hätte ich jetzt hier halten müssen wir haben nämlich ein rotes signal ist nämlich exzellent stehen so viele halt das wundert mich gerade so ein bisschen der ton ist voll leise im spiel also ich führe selbst kaum was also wundert euch jetzt nicht das ist richtig leise so hier haben wir das rote signal hatte das ja damals schon wo ich die nord ist korridor abgefahren habe hatte ich dieses problem hat bereits auch schon gehabt da steht das signal auf dauerrot ich hoffe dass das jetzt mittlerweile schon ein bisschen so geregelt worden ist dass das ganze jetzt funktioniert weil sonst müsste ich alarm an pzb kriege ich nicht an ist jetzt hier leider nichts diesbezüglich oder mal hier unten war der kasten gewesen haben wir hier alarm ist an stufen beleuchtung signalleuchte stufen beleuchtung aber auch an machen beleuchtung und man stellt auch an alles an hier aber für beide keine strecke verfügbar es geht nicht weiter so verweigert ja gut dann weiß ich nicht warten wir jetzt erstmal und können uns das ganze mal hier so ein bisschen anschauen also das ist es von ihnen und ich finde es halt immer noch klasse dass wir uns ja hier frei bewegen können ja das ist absolutes highlight hier eigentlich in dem train sim world für uns hier eigentlich frei bewegen können ich finde gerne wissen was ich machen muss das geht von meiner zeit ab da kommt der da kommt der na dann fahr mal vielleicht können wir den nachden durch ja wegen dir muss ich hier warten keule das geht von meiner zeit ab was ist los mit dir das kann natürlich sinn machen also ich hoffe dass das jetzt war oder was aber nicht aufgepasst hier der knallt hier voll gegen aber nein sonst heißt es wieder bio meckert hier die ganze zeit ich mecke überhaupt nicht wie gesagt also ich finde der train sim wird ziemlich ziemlich klasse so jetzt setzen wir uns mal hier hin warten jetzt bis der weg ist und hoffen dass wir jetzt freigabe bekommen damit wir jetzt auch durch können das wäre natürlich ein absoluter traum so schon lange nicht mehr trance im berg gespielt wir haben auch den ort ist korridor uns ja noch gar nicht angeschaut hier auf öpnv simulation wir schlingelze wir aber ich bin halt auch ich weiß aber nicht ich ist immer so ein kleiner zwiespalt soll ich soll ich oder soll ich nicht soll ich halt dass auch andere strecken zeigen oder soll ich halt nur die 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 deutschen strecken zeigen da bin ich echt mir noch nicht so so ganz sicher so natürlich haben wir fahrt das ist natürlich traumhaft es ist mega duster aber wartet mal ich muss mal ganz kurz mal was also der ton der sb hier doch deutlich zu leise er steht also 100 prozent das ist jetzt ein bisschen eigenartig und wir haben schon wieder ja das das geht das wird ja super wenn wir jetzt hier ein rotes signal nach dem anderen haben so ja dann kommt es ja vielleicht hin mit 7.48 auf einmal dass der jetzt eigentlich mal verschwindet und wir dann eigentlich weiter können hier jetzt stehen wir hier mitten im tunnel jetzt jetzt kannst du dich draußen bewegen oder sonstiges ja 1390 wir hatten ja davon bereits schon in den news gesprochen dass ja da schon was irgendwie angedeutet wurde von doof day games seitens und ja ich habe mich natürlich da mega drauf gefreut so und bei dem paket war das nicht ganz ersichtlich gewesen dass es sich dabei um den amtrag cap car handelt ja das ist natürlich so eine industrie maschine praktisch abgebildet frage mich jetzt nicht nachher anhaben das werde ich in den news denn nochmal so gesagt haben dass da auf jeden fall war es auf jeden fall nicht ersichtlich gewesen ich fand es ein bisschen schade dadurch ist es mir nämlich ein bisschen untergegangen tatsächlich dass es sich hierbei um den amerikan oder amtrag cap car gehandelte der nomad der nomad der nomad der nomad der nomad durch mal jetzt erwarten erstmal sich hier irgendwie hoffentlich aus dem tunnel rauskommen das ist ein bisschen anstrengend die jetzt ist tatsächlich ein bisschen anstrengend hier Er muss da schon längst wechseln aus dem Sektor. Keine Strecke verfügbar. Das ist jetzt super. So, jetzt passiert gerade wohl gar nichts mehr. Nee, ich konnte mal sagen, dass wir ein paar Meter vorgerollt sind. Das ist jetzt mega ärgerlich. Aber wie gesagt, ich hatte damals schon Probleme gehabt mit der Strecke. Jetzt haben wir freie Fahrt. Ich muss mich erstmal bewegen wahrscheinlich, damit es weiter geht. Immer erstmal aufstehen. Wenn das nächste Signal jetzt wieder rot ist, fresse ich einen Besen, wirklich. Gut, das war aber auch ein langes Stück hier. Ja, stimmt schon. So, und jetzt können wir eigentlich mal ein bisschen losfahren hier. So, haben wir ja natürlich auch wieder, dürfen wir ordentlich an Zeit jetzt wieder hier aufholen. Traumhaft. Traumhaft. Den Ton kann ich nicht ausmachen. Ihr habt es gesehen. Es steht auf maximale... Ich höre ja auch was. Das ist ja nicht so, dass ich nichts höre. Aber im Allgemeinen einfach voll leise. Das ist irgendwie was mit den Windows-Settings nicht so ganz hinterhauen irgendwie. Weil... Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich muss aber sagen, dass er schon immer relativ leise war. Ja. 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 Wundervoll. Wundervoll. Ich weiß gar nicht, ob andere den auch schon bereits gezeigt haben. Ich finde... Also... Traumhaft. Das ist halt wirklich so eine... So eine... Doch. Das muss man sich auf jeden Fall mal angeschaut haben. Aber 7.48 ist keine Chance. Das schaffen wir nicht. Und wenn man jetzt weiß, dann sieht man halt auf jeden Fall, dass es schon wirklich ein mega langes Stück ist. Von Signal zu Signal. Wow, jetzt war meine Zifferbestätigung. Das ist ja... Wahnsinn. Dann müssen wir das nächste Mal gucken, dass ich den Ton besser hinkriege. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Was müssen wir hier echt durchbrechen hier? Ein bisschen Fenster auf. Das ist ein bisschen stickig hier drin. Der zieht aber schon ordentlich ab, wa? Also irgendwas stimmt hier nicht, warum der Ton so leise ist. Ich weiß es nicht. Das ist ja 60 Seiten, Ne? Das ist ja 60, dann, ne? Gibt es hier ein Soundproblem? Würde wir uns einen Sinn machen? Weiß ich nicht, wie ich das hätte schaffen sollen. Das ist ein bisschen unrealistisch tatsächlich gewesen. Also dadurch, dass ich jetzt halt auch nur Standzeiten gerade hatte. Normalerweise kein Thema. Oh, das ist jetzt eine Fülle. Oh, das ist jetzt eine Fülle. Oh, das ist jetzt eine Fülle. Ja, der Nord-East-Corridor, den bin ich ja damals schon auf Microhaza-TV natürlich abgefahren. Vielleicht zum Release. Ich muss sagen, ich fand eigentlich den Nord-East-Corridor relativ geil. Gab es ja schon damals beim Microsoft-Trains-Corridor. Das war mit einer der ersten Strecken gewesen im Nord-East-Corridor. Und das ist natürlich heute immer noch absolutes Highlight. so, das ist eigentlich schon, ja doch, in, 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 eigentlich hier. Uh, uh, was ist denn hier los? Hä? Hä? Jetzt, 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 jetzt verarscht er mich hier komplett hier einfach. Ne, da kommt wieder 60. Ja, auf jeden Fall. Ähm, diese Strecke, ich glaube, die hat auch so 25 Euro, 30 Euro oder so. Ich hatte ja eigentlich gedacht gehabt, vielleicht gibt es ja da so ein, so ein Bonus-Paket oder so ein Paket irgendwie, dass du halt dementsprechend halt nochmal ein bisschen mehr Geld sparen kannst. Leider war das zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Vielleicht kommt jetzt, äh, danach noch irgendwas, dass du dann halt zum Beispiel beides zusammen halt günstiger kaufen kannst halt. Joa. Aber das kennen wir ja schon eigentlich von, äh, Dov-Day-Games, dass die da halt, äh, für, für, für alles Geld haben wollen. Also, das ist ja dann schon. Das läppert sich halt so. Ich meine, wie viele Endons der Train-Summerlade diese Woche schon wieder bekommen hat und dennoch Train-Summerlade, ja, also für Dov-Day-Games, also... Ich glaube, denen geht es finanziell eigentlich recht gut, ja. 45, alles klar. 45, ja. Ja, 7, 8, 14, sollte man da sein. Es ist 51, 52. Weiß ich nicht, wie ich das machen sollte. Sollte ja warten, bis, bis die Zeit ja dann vorüber war. Sollte ja. Sollte ja. Sollte ja. Hier mit diesen gelben Signalen hier natürlich aufpassen, wir da jetzt nicht einfach durchrauschen. Aber, das ist mir jetzt noch ein bisschen zu langsam. Sollte ja. Sollte ja. Schuhe, aber dadurch, dass ich jetzt weiß, dass das jetzt hier funktioniert, dass man jetzt hier zum Beispiel auch diesen Fahrplan sich mal angucken kann, da muss man halt nicht über diese Aufgaben sich raussuchen. Ich denke mal, geht das eigentlich vollkommen in Ordnung. Wir haben eh rote Signaler, von daher. Zielvorgabe erfüllt. Rechts in Riegel, bitte. So, to Market Street. Dann müssen wir uns das Corridor nochmal anschauen. Bei Zeiten. So. Du, 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 du. Du hast einen Schluck Kaffee oder? Nein, ich habe keinen Kaffee mehr. Kein Kaffee. Ja, wir können die Türen verriegeln, können sie aber auch offen lassen eigentlich. Ach ne, das war's schon. Aufgabe ist damit beendet. Ja, dadurch, dass wir jetzt natürlich mega zu spät waren, ja, das hat eigentlich gerade so gar nichts gebracht. Aber wie gesagt, für die Verspätung konnte ich ja eigentlich gar nichts. Weil wenn da nur ein rotes Signal ist, ist da nur ein rotes Signal. Da kann man nichts dran ändern. Ja, ihr Lieben, aber das war's auf jeden Fall heute von den Trainings in World. Ihr habt's ja gesehen, also wie gesagt, der Amtrak Capcar ist jetzt erhältlich für 13,99 Euro auf Steam. Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, dann kauft euch das Ganze. Allerdings, wie gesagt, ihr benötigt dafür den Nord-East-Korridor DLC, der separat nochmal natürlich erworben werden muss. Mit dazu bekommt natürlich nicht nur das Capcar, sondern auch eine weitere Lok, die halt für Rangierdienste verantwortlich sind. Diese sind dann natürlich auch separat und extra im Karrieremodus enthalten. Wie gesagt, das gerade war jetzt hier einfach nur ein reiner Fahrplan. Ja, und damit würde ich mich jetzt schon wieder verabschieden. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, den Daumen nach oben drücken, bitte. Und sonst sehen wir uns zum nächsten Part wieder, wenn's weitergeht hier mit Trainings in World, Lotus, Omsi oder was auch immer hier auf dem Kanal. Und ich verabschiede mich, sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.